Hallo Kinder und herzlich willkommen zu einem neuen Preview-Video von mir. Heute geht es um die neue Rivalde Loop Young Limited Edition, die sich da nennt Welcome to Miami. Diese Limited Edition wird es ab quasi jetzt bei euren Rossmann-Filialen geben. Also ab heute, Montag, den 11. Mai, wird das Ganze bei den Rossmann-Filialen ausgeliefert. Natürlich kann sich das Ganze um ein paar Tage verschieben, aber generell gibt es diese Limited Edition ab heute. In dieser Limited Edition erwarten uns einige Produkte. Es ist keine wirklich sehr große Limited Edition, aber ich stelle euch einfach mal vor, was es darin so gibt. Wir legen los mit den Rivalde Loop Young Welcome to Miami Gel Look Polishes. Ja, das sind diese Gel Look Polishes, die es ja jetzt auch bei Essence im Standardsortiment gibt und so weiter. Ohne UV-Lampe soll das aber trotzdem einen gelartigen, ja, Look auf die Nägel zaubern. Und von links nach rechts haben wir hier folgende Nuancen. Das ist einmal die 01 Feel Like a Flamingo, die 02 Chillin' at South Beach, bei der mich sehr interessieren würde, wie stark deckend die ist. Dann noch die 03 Cross the Ocean Drive und die 04 Come to Coconut Grove, auch da die Deckkraft würde mich interessieren. Die Produkte sind alle vegan und 8ml kosten 1,69 Euro. Weiter geht es dann mit der Rivalde Loop Young Welcome to Miami Gloss and Volume Mascara. Und ja, das ist einfach eine volumengebende Mascara. Wir sehen das am Bürstchen und 11ml sollen hier 2,29 Euro kosten. Also etwas wirklich Spannendes ist das nicht unbedingt. Was ich persönlich allerdings schon sehr spannend finde, ist das Rivalde Loop Young Welcome to Miami Bronzing Powder in diesem doch sehr interessanten Packaging. Ich habe in so einem Packaging eine Art Highlighter, sage ich mal, und ich komme mit sowas sehr, sehr gut klar. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön. Das soll leichte Bräune ins Gesicht oder auch aufs Dekolleté zaubern. Gerade im Dekolleté kann ich mir das sehr gut vorstellen, da ich doch denke, dass das Ganze ein bisschen glitzernd-schimmernd sein wird. Es gibt genau diese einen Nuance. Das ist die 01 Sandy Miami und die kostet 2,99 Euro. Das vorletzte Produkt, da sind wir auch schon angelangt, ist der Rivalde Loop Young Welcome to Miami Waterproof Lip Gloss. Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Der soll einen Aprikot-Ton haben und wasserfest sein. Ja, also das Ganze soll eine kleine Dusche auf jeden Fall aushalten. Also ein Lip Gloss, der wasserfest ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll und wie ich das Ganze finden soll. Aprikot ist natürlich nichts für mich und generell Lip Gloss auch nicht. Aber wenn ihr vielleicht auf Lip Gloss steht, solltet ihr euch den angucken. Es gibt die Nuance 01 Surface Best. Wie gesagt, ein Aprikot-Ton soll das sein. Der ist vegan und 6ml kosten 1,49 Euro. Kommen wir auch schon zum letzten Produkt der Limited Edition und das ist das Armband aus der Limited Edition. Das ist vegan und kostet 1,49 Euro. Ist in so einem Flecht-Look und ich finde das eigentlich ganz schön. Also die Farbe, dieses Cremefarben spricht mich persönlich jetzt nicht unbedingt so an. Aber generell finde ich das eine ganz schöne Idee. Und für 1,49 Euro kann man da auch auf jeden Fall nichts falsch machen. Aber damit bin ich auch schon durch. Mit meinem kleinen Preview-Video zur kommenden Limited Edition Welcome to Miami von Rivalde Loup Young. Ihr seht hier nochmal alle Produkte abgebildet. Mich am meisten oder auch eigentlich als einziges interessiert mich dieses Bronzing-Puder. Weil es halt mit diesem Pinsel einfach schon integriert ist. Finde ich sehr, sehr schön. Und für 2,99 Euro kann man sich das auch auf jeden Fall mal angucken. Generell habe ich mir überlegt, bei meinen Previews ja so eine Art Bewertung mal vorab vorzunehmen, ohne dass ich irgendwelche der Produkte live gesehen habe. Ich würde dieser Limited Edition 2 von 5 Sternen geben, da sie wirklich sehr, sehr klein ist. Man kann aus dem Thema Miami noch deutlich mehr machen. Die Mascara, ja gut, ist halt eine Mascara. Die Nagellacke haben wir auch so alle schon gesehen. Also dieser Lipgloss ist interessant, das Bronzing-Puder auch und das Armband ist ganz schön. Aber generell 2 von 5 Sternen, mehr kann ich dafür leider nicht vergeben. Und damit bin ich durch mit diesem kleinen Preview-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin sage ich, ciao, ne?